Grüezi miteinander! Unsere Schweizer Karte ist schon recht gut gefüllt. Wir haben uns im letzten Beitrag den alten Ort Appenzell angesehen, wie dieser der 13. Ort der alten Eidgenossenschaft wurde und wie er sich in die beiden Halbkantone Appenzell-Innerroden und Appenzell-Ausserroden trennte. Davor behandelten wir die jüngsten 10 Kantone, den 6er Block von 1803 zu Beginn der Mediation und der Mediationsverfassung, dann das Dreiergespann von 1815, die am Wiener Kongress hinzukamen und 1979, als sich drei der sieben jurassischen Bezirke vom Kanton Bernd trennten und den Kanton Jura gründeten. Heute geht es demzufolge mit dem 12. Ort der alten Eidgenossenschaft weiter, mit Schaffhausen. Schaffhausen, also die Stadt, war über viele Jahrhunderte ein Stadtstaat mit angekauften Gebieten. Wie also hat sich der nördlichste Kanton der Schweiz angenähert? 1415 ist die Stadt Schaffhausen zum wiederholten Male reichsunmittelbar geworden, erlangte also die Reichsfreiheit. Reichsunmittelbar bedeutete, dass die Stadt Schaffhausen keinem Fürsten oder dergleichen gehörte, sondern direkt dem Kaiser unterstand. Und das führte zu Interessenskonflikten. Denn Schaffhausen wurde im 14. Jahrhundert an österreichische Herzöge verpfändet und Österreich sollte nach vielen Jahrhunderten eine gewichtige Rolle spielen. Und gerade als Schaffhausen zum wiederholten Male reichsunmittelbar wurde, hatten natürlich vor allem die Habsburger ein grosses Interesse, sich diese Stadt wieder untertan zu machen. Ihre mehr oder minder Selbstständigkeit versuchten die Schaffhauser mit verschiedenen Bündnissen zu sichern, wie 1407 beim Beitritt zum Ritterschaftsbund zu St. Jörgenschild, 1420 im Weinsberger Bund oder 1425 im Juppenbund. Aus diesen Bündnissen entstand jedoch nur wenig Schutz, vor allem, da nach dem süddeutschen Städtekrieg Mitte des 15. Jahrhunderts österreichische Adlige um die Stadt buhlten. Und logisch, die Bündnisse nördlich ihres Gebiets boten Schaffhausen keinen ausreichenden Schutz. So schloss der Stadtstaat 1454 ein Bündnis mit den südlichen Eidgenossen. Dieses war auf 25 Jahre befristet und wurde 1479 um weitere 25 Jahre verlängert. Und nachdem die Eidgenossen die letzte grössere Auseinandersetzung mit Habsburg militärisch gewonnen haben, nämlich den Schwabenkrieg von 1499, wurde der Stadtstaat Schaffhausen 1501 das vollwertige zwölfte Mitglied der schweizerischen Eidgenossenschaft. Für Schaffhausen war es eher eine Zweckehe, denn andere Bündnisse haben wenig bis nichts gebracht. Nur das Bündnis mit der Eidgenossenschaft bot Sicherheit. Warum hat der Kanton Schaffhausen die wohl merkwürdigsten Grenzen aller 26 Kantone und warum besteht er aus drei Teilen? Das hat etwas mit der Entstehung des Gebietes zu tun, das heute zum Kanton Schaffhausen gehört. Wie schon angeklungen, war Schaffhausen die meiste Zeit seiner Geschichte kein zusammenhängendes Gebiet mit Namen Schaffhausen, sondern ein Stadtstaat, ein Gebiet, das mehr oder minder von der Stadt Schaffhausen verwaltet wurde. Und diese umliegenden Gebiete wurden von der Stadt zusammengekauft. Diese Zukäufe fanden vor allem im 16. und 15. Jahrhundert statt. Und die waren eben nicht immer zusammenhängend. Rüdlingen im Süden beispielsweise war immer schon vom Rest abgeschnitten. Aber das sollte sich am Wiener Kongress 1815 ändern. Die Schaffhauser Delegierten erhoben Anspruch auf jene Gemeinden des Grossherzogtums Baden, die diese Lücken schliessen sollten. Das wären die Gemeinden Gottmadingen, Geilingen und Büssingen im heutigen Landkreis Konstanz und die Gemeinden Jestetten und Lottstetten im Landkreis Walzhut. Die Bedingungen für diese Ansprüche waren eigentlich vielversprechend, denn diese kleinen Gemeinden waren für das Grossherzogtum Baden nicht von unersetzbarer Bedeutung. Trotzdem sind diese Gebiete badisch bzw. deutsch geblieben. Warum? Um es recht profan auszudrücken, die Schaffhauser Delegierten am Wiener Kongress haben versagt. Das, was zum Beispiel dem Genfer Delegierten Big de de Rochemont gelang, als er mehrfach territoriale Zugewinne für Genfer handelte, brachten die Schaffhauser nicht zustande. Besonders speziell ist hierbei natürlich die deutsche Exklave Büssingen, die vollständig von Schweizer Staatsgebiet umschlossen ist. Wie kam es dazu? Der österreichische Lehnsherr Eberhard im Turn wurde entführt und auf Druck Österreichs wieder freigelassen. Die Schaffhauser verloren deshalb die Pfandschaft mehrerer Dörfer, darunter eben auch Büssingen. Obwohl sie die meisten Dörfer davon wieder zurückkaufen konnten, blieb Büssingen eine Ausnahme. Und das nicht aus guten Gründen, sondern aus Prinzip. Büssingen sollte zum ewigen Ärgernis Schaffhausens österreichisch bleiben. Es ist zwar nicht ewig österreichisch geblieben, sondern wurde irgendwann badisch und später deutsch, aber eben, und das war dem österreichischen Adel wichtig, nicht schweizerisch bzw. nicht zu Schaffhausen gehörend. Aus dem Ärgernis Schaffhausens wurde aber irgendwann das Ärgernis Büssingens. Denn auch Büssingen wollte sich unbedingt der Schweiz anschliessen. 1918 forderten in einer Abstimmung 96% der Büssinger den Anschluss an die Schweiz. Ohne Erfolg. In den Zwanzigern forderten die Büssinger wiederum die Aufnahme von Verhandlungen. Mehrfach. Und kurz vor der Machtergreifung der Nazis in den 1930ern wollten die Büssinger wieder ihre deutschen Behörden kontaktieren und erhielten nicht einmal eine Antwort. Und so ist Büssingen bis heute politisch deutsch geblieben. Das zu jenen Gebieten, die heute nicht zum Kanton Schaffhausen gehören. Da gab es aber auch gefühlt 5000 Gebietsveränderungen, die heute zum Kanton Schaffhausen gehören. Wirklich gefestigt, zumindest zum grössten Teil, wurden die Grenzen des Kantons zu Beginn der Helvetischen Republik 1798. Der östliche Teil gehörte bis auf Buch vor 1798 nicht zu Schaffhausen. Stein am Rhein und die dazugehörigen Gemeinden gehörten eigentlich zu Zürich, was die Steiner auch so beibehalten wollten. Nachdem sie aber auch in der Mediationsverfassung von 1803 zu Schaffhausen gehörten, akzeptierten sie ihre neue Zugehörigkeit. Diesen Hofen im Süden gehörte zu Beginn der Helvetik zu Schaffhausen, wurde aber später dem Thurgau angegliedert. Dörflingen gehörte eigentlich auch zu Zürich, wurde aber ebenfalls Schaffhausen angegliedert. Und es gab noch viele weitere kleine Grenzangleichungen, bei denen wir teils über wenige Meter oder über sehr kleine Gebietsveränderungen sprechen. Der Kanton Schaffhausen ist der nördlichste Kanton der Schweiz und auch der einzige Kanton, der fast komplett nördlich des Rheins liegt. Und er ist wunderschön. Die Stadt Schaffhausen, in der knapp 37.000 Menschen leben, hat eine so schöne Altstadt, die definitiv einem Besuch wert ist. Der Kanton Schaffhausen hat seinen Namen natürlich von der Stadt. Und weshalb diese Stadt Schaffhausen genannt wird, ist nicht zu 100% geklärt. Möglich wäre, dass sich der Name auf Schafe bezieht, auf Schiffe wegen des Rheins oder auf ein Schöpfgefäß, das eventuell mit dem Handel der Stadt zusammenhängt. Aus dem Stadtstaat Schaffhausen wurde erst 1798 ein Kanton. Im Kanton Schaffhausen finden wir auch den grössten Wasserfall Europas, den Rheinfall. Er ist zwar nicht der höchste und es lässt sich darüber streiten, ob er wirklich die grössten Wassermengen die Klippen herunterstürzen lässt, aber sein Krachen und der tosende Lärm der Wassermassen ist äusserst imposant. Auch da empfehle ich dringend einen Besuch, wer ihn noch nicht selbst gesehen hat. Der Schaffhauser Wider, der auf dem Kantonswappen zu sehen ist, hat schon einige Jährchen auf dem Buckel. Das Kloster Allerheiligen in Schaffhausen erhielt Ende des 11. Jahrhunderts das Münzrecht zugesprochen. Die älteste noch erhaltene Prägung mit diesem Wider ist auf etwa 1180 datiert. Bis 1831 war das eben gesehene Wappen der Stadt Schaffhausen und das heutige Kantonswappen gleichermassen repräsentativ für den Kanton. Erst mit dieser neuen Kantonsverfassung teilte man die beiden Wappen eindeutig auf Stadt und Kanton auf. Die ca. 83.000 Menschen, die in Schaffhausen leben, sind politisch relativ ausgeglichen. Zwar ist auch hier, wie in der Ostschweiz üblich, die SVP die stärkste Kraft, aber die politischen Fraktionen halten sich in etwa die Waage. Und auch sprachlich lässt sich die Zugehörigkeit zur Ostschweiz nicht überhören. Eine kleine Hörprobe kann ich an dieser Stelle gleich mit einer politischen Besonderheit verknüpfen. Denn im 46-köpfigen Ständerat gibt es nur einen einzigen Abgeordneten, der kein Mitglied einer Partei ist. Und das ist der Schaffhauser Thomas Minder. Das Parlament hat sich doch gar keinen Stich. Schauen wir mal an, was Sie sagen. Ich bin der unabhängigste Parlamentarier der Schweiz, weil ich parteilos bin und keine Mandate habe. Ich kann viel einfacher politisieren. Parteilose spüren die Volkstemperatur besser. Redet Sie über sich. Bei einer Parteizugehörigkeit muss man auf die Parteifahne achten. Sie haben das System nicht verstanden, weil Sie die Mehrheit über die Parteien erminden müssen? Das stimmt, ja. Ja, da wird auch mal noch kommen, dass meine Vorschläge auch noch durchgehen. Meinen Sie? Du siehst es jetzt immer aus. Nein, nein, ich habe der Kommission Vorschläge eingebracht, die durchgekommen sind. Min. in der ersten Phase der Kommission, sogar in der ersten Phase im Ständerat. Zum Beispiel, dass ich bei den Freihandelsabkommen will, dass die grafische Herkunft von den Produkten geregelt ist. Dass wir nicht mit China ein Freihandelsabkommen machen können und das Wissen nicht geregelt ist. Die vorhin gezeigten, sehr speziellen Grenzverläufe sollten im Zweiten Weltkrieg noch bittere Folgen haben. Denn kein Schweizer Kanton liegt mehr unter den irrtümlichen Bombenabwürfen der Alliierten. Es kam in der Stadtschaffhausen zu Bombenabwürfen und auch in Stein am Rhein. Und es benötigt, glaube ich, nicht viel Fantasie, um zu verstehen, dass diese Abwürfe bei diesen speziellen Grenzverläufen schneller passiert sind, als einem Lieb ist. Eines der Wahrzeichen der Stadt Schaffhausen ist der Munot, eine Zirkularfestung, die im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Sie ist heute eine Touristenattraktion und ich kann den Besuch wiederum nur empfehlen. Militärisch war diese Festung allerdings nie wirklich von grosser Bedeutung. Sie wurde nur einmal für eine wirkliche Verteidigung benutzt. Und zwar nicht von Schweizern, sondern Franzosen Ende des 18. Jahrhunderts gegen die Österreicher. Auch einzigartig in Schaffhausen ist die rechtliche Wahl- und Stimmpflicht. Die gibt es nur noch in der Verfassung von Schaffhausen. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, bezahlt einen symbolischen Betrag von sechs Schweizer Franken. Das sind sie also, die Schweizer Nordlichter. Seit über einem halben Jahrtausend Mitglied der Schweizerischen Eidgenossenschaft und seit 1501 der zwölfte Ort der alten Eidgenossenschaft. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.